Rechtzeitig vor den schweren Aufgaben zeigt der TSV 1860 Gewinnermentalität. Zweimal in Folge haben die Löwen gewonnen, was es Zufuhr in der Liga in dieser Spielzeit noch nicht gegeben hat. Die 60er rücken damit auf den neunten Platz vor. Es wird zu Hause jede Mannschaft schlagen können. Auch in der Liga, nicht nur außerhalb der Liga, sondern auch innerhalb der Liga, dass wir jede Mannschaft schlagen können und am Ende muss man das beweisen. Und es wird morgen ein interessanter Spiel. Sicherlich ein Spiel, was im Vorhinein die Favoritenrolle jetzt nicht klar vergeben ist, weder für die Gastmannschaft noch für die Heimmannschaft. Jetzt bestreiten die Löwen zwei Heimspiele in Folge. Den Anfang macht das Nachholspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Die Mannheimer sind Vierter und haben auch vier Punkte Vorsprung auf die Münchner. Jetzt eine finale Woche auszusprechen oder anzukündigen, glaube ich, wäre jetzt fatal. Ich denke, das sind wichtige Spiele, so wie viele in der Saison. Es gibt aber am Ende auch nur drei Punkte. Und ich hoffe natürlich, dass sie drei Punkte morgen in München bleiben. Nur vier Tage später bekommen es die Löwen mit dem Tabellenführer, dem 1. FC Magdeburg, zu tun. In diesen beiden Spielen wird sich zeigen, ob die Heimstärke der 60er anhält. Von bisher acht Spielen daheim wurden vier gewonnen, drei änderten unentschieden und nur eins ging verloren. Für mich ist wichtig, wir wollen Punkten. Wir haben jetzt die letzten beiden Spiele sechs Punkte geholt. Das war nach dem Osnabrück-Spiel nicht unbedingt selbstverständlich. Und wir befinden uns seit Wochen, jetzt nehmen wir nur die Stunde einmal von Osnabrück raus, befinden wir uns in einer konstanten Aufwärtsentwicklung. Und da wollen wir weiterhin gehen bis zum Winter und dann schauen wir wieder weiter. Seit dem dritten Spieltag gehören die Löwen wieder zur oberen Tabellenhälfte. Und in den noch anstehenden vier Begegnungen bis zur Winterpause wollen sie diese Position nicht nur halten, sondern nach Möglichkeit auch verbessern.